Ist der besoffen? Natürlich, wer bei Papa Krall ist, der hat immer einen guten Kopf, aber Papa Krall ist immer nüchtern, damit er ihn schön filmen kann und das gegen ihn verwenden kann. Gleich lasse ich ihn noch reden und nehme ihn richtig auf, der weiß nicht mehr, wovon und hinten ist der Arm. Sancho, halt deine Fresse, du Dreck, sonst block ich dich raus. Hauptsache, er verdient sein Geld nicht, wie du mit Fake-Profilierungen kommentieren willst, so ein Internet-Airi. Natürlich kommen die, Ipek. Wer bei Papa Krall ist, dann kommen die, aber Papa Krall trinkt nicht, weil ich muss immer nüchtern sein und die Leute filmen. Ja, willst du dich mit dem unterhalten? Ja, aber sag zu ihr nichts Schlimmes. Nein, nein, bitte, Krallem. Ein Nelge, du sagst mir. Ja, du musst meine Füße aufhören, Herr Krallem. Ja, bitte. Sag denen, ist das doch nicht der echte Bahar, ja? Wen willst du verarschen, ja? Kralle. Ja, bitte. Ist der besoffen? Natürlich ist er besoffen. Guckt erst mal an, ja, seit wann liegen die Jack Danielsflaschen, er hat eine halbe Flasche oder so getrunken. Was weiß ich, was er getrunken hat. Krass. Ja, er ist jetzt Haram. Ipek, wo ist deine Schwester? Die ist am Schlafen, ja. Ruf sie mal rein, weg sie mal auf. Ja, ich will, warte, warte, du. Ich bin ein Pädele. Ipek, Ipek, film dir mal, wie die schläft. Was? Film dir mal, wie die schläft. Ey, red nicht so mal, meine Familie sind da. Ja, ey, ich will, warte, warte, warte. Nein, ich weiß nicht. Ja, Fake-Bahar, verpiss dich doch, sonst schmeiß ich dich raus, Alter. Ein Bahar Kim, wer ist Bahar? Auch ein Streamer, aber das ist ein Fake-Profil von ihm. Die faken alle, die denken, ich falle da drauf rein, ich könnte jemand anderes verarschen, aber doch nicht gerade, jo. Ihr müsst früh aufstehen bei mir und gar nicht erst schlafen, gar nicht die Augen zumachen bei mir. Ja. Ey, was macht ihr jetzt noch? Nichts, wir schönen ja. Götü mischt dir ich, ne machst du am Ruhm? Ich gebe jetzt meine Arsch. Kimmig? Ne, ne machst du? Götü mischt dir ich, ne machst du am Ruhm? Von Gipsi oder was? Ja, von Gipsi, wenn die fette Sausen der Gefäße Moodle. Ey, warum ist die nicht mit drin? Marvin, halt deine Fresse, laber kein Müll. Marvin, ich fick deine Almanya Mutter, du dreckst, Pich. Ich will deine, mach deine AfD weiter, du Hurensohn. Nur mal sag ich sowas nicht, aber mal in deiner Mutter, fick ich. Guck mal, wir haben die Zigarette ziehen. Engel, warum beleidigst du so viel? Weil Beleidigungen im Leben dazugehören, Armin Aue. Was, was? Weil Beleidigungen im Leben dazugehören. Okay. Miau. Miau. Hey, wo ist dieser Hassan? Hassan ist in Çeşme. Ah, schade. Der ist amüsant, ne? Ja, der ist so letztens im Pool reingeschworen. Ja. Erke, schon ein schönes Jahr. Du bist halt so gut, ja. Was ist Poet, Alter? Was ist das? Engel soll mal seine Zähne putzen. Halt deine Fresse, Jau. Was für Zähne putzen, Alter. Ich erwähne, du Pich. Da sagt einer, Engel, mach mal einen Freestyle. Mach mal einen Freestyle. Für wen? Für wen? Ah, Scheiße, habe ich jetzt verpasst. Egal, mach mal etwas. Der soll einfach machen. Mach einen heftigen, Bruder. Freestyle, Akapelle. Engel, hier sind deine Fans. Ich sehe das schon. Ja, damit gehen wir mal eins, Alter. Pass auf. Ah, ah, ah. Wer Tupac im Leben hätte gesagt, Engel, du bist am Leben. Wer nicht am Leben bin, bist du am Leben. War das Freestyle oder auswendig gelernt? Sehr ehrlich. Ach ja. Soll das eine Beleidigung sein, oder was? Ich bin frischt. Nein, nein, ich beleidige doch nicht. Ein Wort, pass auf, sag irgendein Wort, ich frischt das. Sag irgendein Wort. Kokaina. Oh, das passt sogar genau zu dir. Okay. Ich zieh Kokaina, wie Al Pacina, danach fick ich die Ina, danach die Lisa, danach die Tina. Wenn jetzt einer sagt, kann ich frischt das, der ist verloren, nigga. Ich schwöre. Saraprisa, warte mal. Heftig. Du machst bald mit Kübra ein Feature, ne? Leute, kennst du überhaupt ihre Schwester ohne Scheiß? Sag mal, wer deine Schwester ist? Wie im Möchse, oder was? SB Kübra. Ja, der kommt nicht rein. Hä? Nicht wie im Backchip? SB Kübra. Ich kennst doch diese Kübra, diese kräftige Teenie-Dame, die wohl rappt. Das ist ihre Schwester ohne Witz jetzt. Ahmad, ja, Bruder. Ist Gipsi drinne? Der Schwänzchen? Das ist doch nicht Gipsi, Wurst.